Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt flichten erst mal die Rumänen nach unten. Du musst dir jetzt nie mehr das aufnehmen. Diese Klamis-Plex, die siehst du schon aus. Du siehst ja so steif aus. Du begibst das erst. Und nicht nur so ein bisschen ausweichen. Das sieht professionell aus hier. Und mein Ruder. Abfallen! 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 Ja, natürlich! Rainer, den Mast auch gleich runter! Wunderbar! Abfall! Ich hab eine Liebe! Ich kann ja nicht alles machen! Abfall! 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 Hier, der Chef ruft, das gibt eine Anzeige, hat er gerufen. Er kommt morgen wieder, sagt er. Eine Entüberholung von hinten. Der Winter hat ja total nachgelassen. Da müssen wir erstmal wieder hochkommen. Dann haben die da eine Klappe und da muss die Frau von unten ein Kabel reinreichen. Ach, sind die so blau, sind die so glücklich. Du, was meinst du, was da lohnt? Das ist ein Klappe, Jürgen. Was war? Das muss ich mal im Ohrliegen, wenn ich noch weiß. Das ist ein Klappe. Das ist ein Klappe. Ich weiß ja nicht, ob die Fies oder Lübe ist. Also hast du gehört von dem Fachmann, das ist nur ein Zwischenstadion. Sie werden richtig so schmutzig. Entschuldigung. Guck mal, wenn ich jetzt... Oh, guck doch mal, wie hinten da her ist. Ja, hier, die Enten. Na ja, haben wir da jetzt angesprochen. Vielleicht kommt die Adler und dann wird noch ein Klappe. Guck mal, jetzt ist er schon. Ja, dann werden die Vorleine fest. Geht nicht anders, sie kommen nicht anders rum. Ja, das sind auch schon Reispflanzen. Immer höher, immer höher, immer höher. Jetzt fährt er ja. Nur höher geht es aber schon kaum. Jetzt fährt er ja wieder. Jetzt fährt er ja wieder. Ja, jetzt aufpassen. Aufpassen. Machen wir schon wieder Fahrt? Alter! 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 Schau mal, wollt ihr den ganzen Käse wieder mit nach Hause nehmen? Sag doch, wenn du mal nach Hause willst! Ne, hör mal, warte mal! Ey, raufbeliegt! Den soll man überhaupt nicht rauf! Oh, warte mal! Irgendwo hängig! Oh, warte mal! Warte mal, irgendwo hängig! Na ja, das ist wohl, das ist jetzt gleich eine Laube. Aber ich meine, ich bin ja nicht so Bier-Tränker. Nein, das hat man nicht mehr zufrieden. Das heißt, das ist echt zufrieden. So, und runter! Runter! Ja! Ich bin ja runter. Ich muss Ihnen weitere Schritte machen. Ach du drei! Ja, stimmt. Ah, Backpack! Oh, ja! Oh, ja! Welches ist das denn? Mit dem schiefen Mast, ne? Holzmast.